hey liebe und herzlich willkommen zu einer neuen folge legend mit dabei der hüpfende taiko ich jetzt sind wir schon mal aufgewärmt um auf die reise zu gehen in der letzten folge hatten wir den tempel gemacht da hatten wir jetzt den stuff zurückgebracht sicher in unseren kissen verstaut richtig und dann wollen wir gleich in die briefkästen gucken ja gucken wir mal rein ich habe noch ein stack pfeile drin drei eisen und ein diamantschwert habe ich gekriegt noch mal ich habe blumen bekommen ich weiß auch von wem und zwar von warte manchmals re vielen lieben dank ich weiß nicht ob auch das zeug von ihm ist kann ich mir auch gut vorstellen das pack mal wieder in der pause in die kästen rein da wir jetzt erst mal unterwegs sein werden wir sehen ja oben lang warte jetzt bist du uns sichtbar hier hinten ist nämlich der das zeug wo man reinschmeißen sollen für das heiligtum da steht auch quarz aller art holz glas stone aller art ht lager spenden kiste ja da wollen wir ein bisschen helfen ich habe auf screen ein bisschen geholfen und hat mal ein bisschen was rein geschmissen was wir noch über hatten aber jetzt haben wir nichts mehr deswegen gehen wir jetzt extra dafür fahren da unten läuft einer das ist ein elf invasion ein einbrecher kommt jetzt gleich hier hoch eke dann sieht er uns nicht da er ist uns reingegangen er sucht uns bestimmt wo bist du hin ich bin wieder zurückgelaufen ich finde das gerade spannend dann digo wir haben eine staatでも die aber wer gibt dem wahren den bg-g grant er Valis CO sistem zur der stunden 트 strains oben um hoäischen püren prüsc dónde Nee. Killed vor der Tür. Boom. Stocker. Was hat der vor? Stock deine Waffe. Der sneakt! Oder? Ist er weg? Nee, der hat sich ausgelockt. Echt? Angriff! Ja. Der hat sich ausgelockt. Ja gut, da müssen wir aber die Tür offen lassen, sonst kommt der Gute hier nicht mehr raus. Erst mal zu machen. Lass einen offen. Okay. Hätte man noch ein Schild machen müssen, direkt da wo er stande. Wir waren hier. Nee, er hatte mir eben geschrieben, dass die Geschenke von ihm waren und dass er noch was reinwerfen wollte. Vielleicht war er da gerade auf dem Weg. Kann sein, ja. Kann natürlich sein. Er hat uns wahrscheinlich aufsuchen wollen und wir waren halt nicht mehr da. Ja. 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 Das passiert halt mal, ne? Erst mal was essen. Ja. Hier hat sich ja dieser große... Verkauf noch ein Speed Potion. Nee. Das ist nicht, willst du aber jetzt nicht benutzen. Ja, weil ich dann schneller bin als du. Genau. Aber hier entsteht echt viel, ne? Also mit dem ganzen Glas haben sie sich echt was vorgenommen. Ja. Wenn sie das Ganze so bauen wollen. Ja, und das Heiligtum können wir ja in einer Folge nochmal zeigen. Genau, wie das momentan aussieht. Ja. 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 Das weiß man ja als nie, ne? Ja. 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 zurückgelaufen? Nee, nee, ich war dann am... Genau, weil als ich mich gerade eben... Boah, hier geht es hier so schlecht runter. Als ich mich nämlich eingeloggt hatte... Hier, guck mal hier. Guck mal, da oben ist schon... Ich glaube, da kann man nichts abbauen. Wo bist du hin? Achso. Ich bin hier runter. Ja, nice, hier kann ich abbauen. Wollen wir uns hier einfach durchkramen, weil ich glaube, das da oben... Hat das mit Sicherheit doch schon mal jemand gemacht hier, oder? Oh Gott. Können wir das abbauen? Nein. Komm mal hier. Ja, hier. Ausgang gefunden. Ach da. Hi. Hi. Da hinten sieht es mir mehr noch... Ja, da hinten ist noch ordentlich Quarz. Das wollen wir nämlich farmen. Für Christina haben wir jetzt schon eine Silk-Touch-Spitzhacke gemacht, damit man das ganze Zeug mit Lacker bauen kann. Bei mir... Alter. Maschinengewehr. Glauben mir halt erst mal die Blöcke. Ähm, bei mir dauert es noch. Ich brauche dafür noch, äh, 14 Level, bevor ich das machen kann. Ist ja gerade runtergesprochen. Ist man sich hier Anschaft überall hochbauen? Nee, ich bin einfach weitergelaufen. Ich mag das aber nicht, wenn man sich so hochbauen muss. Weil sonst ein Ghast kommen könnte und dich wegballern könnte. Nee, das ist nicht. Da unten ist eine Nether-Festung, ne? Echt? Ja, die ist mit Sicherheit schon gelootet. Ah! Alter! Da wurde sich hochgesteckt. Ja. Brenner! Immer da, wo ich Quarz abbauen will. Das ist mir bei Poppyhausen auch mal aufgefallen. Da kommt Lava raus der Wand, ne? Echt? Immer! Ich hab immer das Glück. Sad Story, ne? Im Übrigen haben wir uns verloren. Das heißt, ich kann auch nicht, wo du bist. Ist ja nicht so, dass wir uns immer verlieren, ne? Nee, niemals. Hallo? Kommst du da drauf? Pass das mal an, mal so ein... tut, tut, tut. Ja. Ich wollte gerade sagen, Wettbewerb, wer am Ende mehr Quarz hat, aber das kann man ja gar nicht machen, weil ich die Blöcke ganz abbaue und du sie kaputt machst. Ja gut, ich bekomme ja auch nur ein Quarz raus im Endeffekt. Also wie wenn du einen Block kriegst. Weißt du? Kommt da nicht auch manchmal mehr raus? Nein, nur mit Lack. Also im Endeffekt können wir das wirklich machen, den Wettbewerb. Ja. Wie viel hast du denn schon? 18. Was? 18. Oh, okay, 39. Ja, siehst du, ich find hier nix. Oh, ja, ich geh an die Decke. Ich nicht. Geh an die Decke. Ja, ich hab jetzt auch bald die Level, damit ich meine Spitzhacken reparieren kann. Den kann ich auch mit Zilt Touch abbauen. Das ist auf jeden Fall schon mal besser. Okay. So ein Thema, wo man mal drüber diskutieren kann, weil... Alter. Ich hab grad keins. Was denn? Hast du ein Thema, worüber wir reden können? Äh, nee. Dezent nicht. Dezent nicht. Was hast du auf der Gamescom vor? Ich weiß, für die Leute ist die Gamescom schon vorbei. Weil das Video kommt nach der Gamescom. Ne? So, wir haben jetzt für Dienstag und Sonntag... Für Mittwoch nach der Gamescom. Eine Woche genau später. Genau letzte Woche hat die Gamescom gestartet. Stimmt, ihr könnt uns ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auf der Gamescom wart oder ob man euch getroffen hat. Für uns ist das ja noch nicht geschehen. Deswegen können wir es noch nicht voraussagen, ob wir genau dich oder dich getroffen haben. Ähm, ja. Aber was hast du auf der Gamescom vor? Keine Ahnung. Also ich muss ja tatsächlich arbeiten. Mhm. Ähm, und hab aber trotzdem Besuch. Das heißt, der Onkel Poppy kommt, der Peter spielt, wird hier sein. Die Lisa, also die C-Horror. Ich kann's nicht aussprechen. C-Horror. Und, ähm, so alle, die man bei mir halt schon mal gesehen hat. Die schlafen alle hier. Und ich muss arbeiten, währenddessen die zur Gamescom gehen. Ich kann dann tatsächlich nur samstags und sonntags da sein. Okay. Weil sonst wäre ich auch Mittwoch da gewesen am Fachbesuchertag. Ah, okay. Dann hättest du da Tickets gekriegt, aber... Ja, durch Olli wieder. Ah, okay. Olli hat ja... ...dass seine Geschäfte da... Ah, okay. Das wäre halt auch nice, aber da hab ich nicht die Chance dazu, Mittwochs hinzugehen. Ja. Gerade eigentlich. Das ist ganz blöd, ne? Mhm. Nein, wie gesagt, jetzt ist das so, ich werd das, glaub ich, so machen die Woche, die wird so richtig tot, tot, äh, geweiht sein, weil, wie gesagt, montags, äh, muss ich noch aufräumen. Dienstags kommen die alle und dann bleiben die bis Sonntag. Wie gesagt, ich geh ganz normal arbeiten und hab aber dann auch noch vor, nach der Arbeit mit denen so noch nach der Gamescom, ne, hier Leute treffen, die sind ja alle dann hier in Köln, ne? Ja, ja, eben. Ja. Wir sind hier zum Beispiel auch Donnerstag, Freitag da. Genau, deswegen hatten wir auch gesagt, nach der Arbeit dann... Ja, genau. Ja. Vielleicht alle irgendwie, keine Ahnung. Also da bin ich ja mal gespannt. Ja, ob das funktioniert. Dann mobb ich dich. Äh, danke, ich dich auch. Ah, so muss das sein. Seht ihr dann alles? Ich weiß nicht, ob ich vlogge, ich nehm so ein paar Bilder auf, aber ich werd jetzt nicht großartig irgendwie einen Vlog daraus machen. Was? Oh nein. Oh nein. Hilfe. Hilfe. Das kannst du doch nicht tun. Das gibt's nicht, hier kommt schon wieder ein Larve aus der Wand. Was? Okay, ich hab meine Spitzhacke jetzt repariert. Das heißt, ich werd jetzt auch mit Silk Touch abbauen. Ah, scheiße. Ich hab aber auch schon fast zwei Stacks. Ja, ich auch. Was? Okay. Dann wird's ja echt spannend mit, wer hat am Ende am meisten. Wir haben jetzt noch vier Minuten. Ja. Ungefähr. Aber ich bin hier in irgendeinem Tunnel drin, wo nicht so viel ist. Ähm, ja, ich grab mich hier die ganze Zeit über Lava und sonst irgendwas. Nehmen wir das an der Decke, ja, eigentlich. Okay, und ich mach genau das Gegenteil. Ich grab mich einfach durch die Wand und hoffe, dass was kommt. Ach ja. So, jetzt, das war's. Lava. Ich muss sagen, für mich ist es die erste Gamescom. Echt? Ja, ich war vorher noch nie auf der Gamescom. Oh Gott, zum Glück gehst du nicht Samstag und Sonntag. Das ist immer am vollsten. Weil da am meisten ist. Ja, übertrieben. Kannst kaum laufen. Deswegen finde ich es ein bisschen blöd. Hm, Samstag, Sonntag wollen Regost, ähm, Fatima und ich ja, ähm, ne Lernparty machen bei Regost. Ja. Deswegen, ja, bin ich da halt auch noch da. Samstag, Sonntag und Montag. Montag fahr ich erst wieder zurück. Und Dienstag muss auch schon wieder arbeiten. Oh. Ja. Ey, hier fällt man nicht runter, das ist gut. Dann kann ich das Graz noch abbauen. Gott, ey. Graz am Boden abbauen ist auch immer so eine Sache. Ähm, übrigens glaube ich, dass mein Texture Pack so ein bisschen rumspackt. Echt? Ja. Irgendwie schon. Lava ist irgendwie total strange. Hat's denn vorher funktioniert? Ja, ne, oder? Ja, ja. Das ist ja komisch. Das gibt's doch nicht. Überall wo ich mich hinbuddel, kommt Lava aus der Decke. Und aus der Seite. Ja. Das ist unfair. Also, ich hab Quarz ohne Ende. Ja. Ja, ja. Ich glaube, ich komme hier nie wieder zurück. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, ich weiß auch nicht, wo der Spawn ist, also von daher. YOLO. Aber wir müssen ja zurücklaufen, ne? Ich würde das connecten. Das dürfte doch funktionieren, oder? Hat doch in der Farmwelt auch nicht mehr funktioniert. Ja, doch, natürlich. Also direkt nicht, aber, ähm, als ich, ähm, später nochmal drauf bin, war ich auf einmal beim Spawn. Ach so. Ich dachte vielleicht, weil die Farmwelt resettet wurde. Das kann sein, ja. Hm. Das kann sein. Dann müssen wir halt warnen, bis der Nether resettet wird. Ja, klar. In der Woche. Oder so. Wie viel hast du schon? Warte, ich guck gleich. Ich bin hier grad an einer gefährlichen Stelle. Was? Drei Stacks? Ja. Ich hab jetzt, ähm, drei Stacks und zehn. Oh, schämlich. Was? Warum? Weil ich mehr hab als du? Ja. Äh. Fache. Aber hey, weißt du, was dein Vorteil ist? Was denn? Bei dir sind's drei Stacks, äh, Blöcke. Das heißt, du kriegst viel mehr Quarz am Ende raus. Bei mir ist es ja... Ja, weil nicht, wenn hier Andor und Lava kommt und alles verbrennt. Das gibt's doch nicht. Ja gut, aber, ähm, mit der Lackspitzhacke kriegst du ja dann mehr raus. Ja, ja, das weiß ich ja. Das weiß ich ja. So, ich würde gerne da runter gehen. Irgendwie. Ja. So. Hinter ist auch nochmal Quarz. Oh Gott. Zum Glück stand ich nicht auf dem Blog, ey. Das wäre ich jetzt rippen. Aber gut, ähm, ich würde sagen, wir sind bei 15 Minuten. Okay. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Okay. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Alles Gute. Alles Gute. Und bei der Christina. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.